Körperspannung Okay Thomas, bitte mit diesem kleinen Pad immer genau im Linienbereich bleiben. Körperspannung beachten, beim Reinkommen Bauch Muskulatur mit anziehen, Unterkörper stabilisieren. Ja, sehr gut. Sehr gute Kombination. Sehr sauber. Immer dran denken, schön zwischen den zwei Linien fahren. Nicht mehr lange, nur noch 6 Sekunden Thomas. Sehr gut. Komm, hättest du sehr gut durch. Sehr gut. Okay, Thomas. Sehr gut. Sauber, Thomas. Ja. Ja. Sehr gut. Und gut. Sehr gut. Sehr gut. Wichtig ist Körperspannung halten, Bauch einziehen, Rücken anspannen. Sehr gut. Ja, komm. 1, 2, 3. Sehr gut, Thomas. Komm. Auf jede Seite noch 3 Mal, dann bist du durch. Und. Ja. Das ist Körperspannung. Bei der Seite noch 3 Mal, dann bist du durch. Das ist Körperspannung. Ja.